Seit zwei Jahren liegt sie so da. Wie viel finden daraus, was damals wirklich passiert ist? Was waren das für Leute, mit denen sie auf der Insel war? Es war ganz schön einsam hier. Redbar, es hat Angst. Sie liegen im warmen Wasser. Dann geht der erste Schuss los. Dann der zweite. Was ist da noch? Die Zeit, die nicht mehr her, kann man sich mit dieser Geschichte beschäftigen. Dieser Ort hat kein gutes Karma. Nach dem Bestseller von Erik Perlton. Die Free-TV-Premiere. Das Nebenhaus. Morgen um 20.15 Uhr in Sat.1.